Wenn du willst, wenn du eine Masse bezeichnest oder auszulernen willst. Eine Menschheit hat uns versucht und versucht uns zu reden. Das ist die Muskel. Electricity, Accounting, Bookkeeping, Plumbing. Und ich kann wirklich wissen, dass in jeder Industrie, was sie tun, sieht man auszulernen, eine neue Mensch, was kommt herab. Jetzt. Wenn man eine Mensch hat, hat man keine Ahnung wie Elektriker arbeitet. Und die Geist im Unterhüben zu Masse bezeichnet, wo es Elektriker ist. Ich glaube nicht, dass die Leute verstehen. Wenn die Masse bezeichnet für eine Sache. Was ist der beste Weg, Masse bezeichnet für jemanden? Der beste Weg ist, wenn... Die nehmt etwas, was die Menschen versteht schon. Die Muskel. Die nehmt ein Mensch. Die nehmt eine Pipe. Die nehmt eine Bräut. Die Die Haus. Eppes, was jemand sieht. Die ist verhaftet mit. Und er sieht das Gescheidert. Und die nehmt eine Sache. Die ist so wie das. Wenn die nehmt eine Sache, was er weiß. Und die sagt, die Sache, was ich will auszulernen. Die eine Kette ist so wie die Sache, die sie weiß. Und das ist so wie die Sache. Und das ist so wie die Masse bezeichnet. Und das ist so wie die Masse bezeichnet. Und das ist der beste Weg, was man mit einem Masse bezeichnet kann. Und das Sachen herangehen in so vielen Details. Bis die eine Garte klappen, die sie willst. Weil die eine Garte alleine klappen. Okay. Das ist ein Stück und Bräut. Oder das ist ein Pipe. Okay. Das ist nur in Wasser. Die müssen in der Sache nutzen gewisse Muschulem von Wasser und von Pipes in Electricity. Weil du willst deine Masse bezeichnen. Nicht, dass ich bin größer, weil ich meine Electricity bin. Aber ein bisschen. Der Weg, wie die Electricity führt. Und wenn du sagst, wenn das Wasser führt. Geht es verschneiden. Das ist der Punkt. Das muss man mit etwas, was er weiß. Wie etwas, was er weiß. Und was du das behauptest. Das ist dann der beste Weg für dich im Masse zu sein. Und immer den meisten Kluar. Als es dann ein brother geht, las noch eine man hört. Und dann machen wir gleich. Und dann kommt das noch eine Message. Und dann kommt das noch eine Message. Und dann kommt das noch zu sagen. 1. Das war. Untertitelung des ZDF, 2020